Und aber herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Spiel bzw. einem Mod, naja eigentlich sind es zwei Mods, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte und ich hoffe an dieser Stelle, dass ihr Stalker kennt. Falls ihr Stalker oder Stalker, wie ich das manchmal sage, nicht kennt, naja die Zurück-In-Folge, die ist noch nicht mal abgedreht, also es könnte noch ein bisschen dauern. Ich setze einfach mal hier voraus, dass ihr Stalker bereits kennt. Und zwar ist das hier eine spezielle Mod für Stalker oder Stalker und zwar nicht Call of Pripyat und auch nicht Shadow of Chernobyl, sondern Call of Chernobyl. Diese Mod möchte so ein bisschen den Open-World-Aspekt ein bisschen in den Vordergrund stellen, der damals bei dem Spiel versprochen wurde. Also falls ihr Stalker soweit nicht kennt, das ist ein Spiel, das hat damals sehr, sehr viel versprochen. Leider hat es davon in etwa nur die Hälfte gehalten, aber das ganze Projekt war auch mega ambitioniert. Und zwar hatte man damals zwar auch so ein bisschen so einen Open-World-Charakter, aber man hatte schon eine straighte Geschichte, die man so durchgehen musste. Und dieser Aspekt wird es hier in Call of Chernobyl ein bisschen umgedreht. Und zwar sieht man das, wenn man hier auf New Game geht. Ich mache das auf Rookie, damit ich ein bisschen besser erklären kann und nicht sofort ins Gras beiße. Und zwar kann man sich hier unter Annahme so die Fraktion aussuchen. Das ging so im Hauptspiel nicht wirklich, aber ich muss vorher noch was umstellen. Und zwar, ich nehme das hier gerade nicht auf meinem eigenen Rechner auf, obwohl der Rechner hier so gut wie identisch ist. Und naja, ich soll hier, ich habe nämlich einen Kumpel, der spielt das Ganze ein paar Mal öfters unbedingt hier irgendwo die Helikopter ausstellen. Game, wo sind sie denn? Helikopter, Patrols, Helikopter, Sound, Apply. Also man kann hier eine ganze Menge auch noch mal einstellen. Hier gibt es dann, okay, das war Apply. Hier gibt es dann auch noch mal Weather Options und so weiter. Das ist eine Mod. Und wer sich so ein bisschen mit Stalker-Modding auskennt, der weiß, dass das alles ein bisschen hakelig immer ist. Also mit den Optionen habe ich mich mal jetzt mal gar nicht beschäftigt. Ich gehe einfach davon aus, dass das alles so okay ist. So, sind wir wieder in dem Bildschirm. Hier können wir uns die Fraktionen aussuchen. Übrigens auch die Fraktionen, die man im Hauptspiel nicht wählen konnte. Denn Banditen und Monolith sind ja so gut wie immer und ich glaube noch Military sind ja so gut wie immer. Die Bösen, die kann man nicht nehmen. Als ich mir das vorhin schon mal angeguckt habe, habe ich natürlich sofort Monolith genommen, weil das sind halt so die coolen Bösen. Aber dann hat das Spiel mich ein bisschen verwirrt. Also am besten geht es wirklich, also wenn hier wirklich zu den Lonern geht. Oh, ich muss mir einen Namen eingeben. Ich nenne mich Chiki Brikeski. So, dann möchte ich ein anderes Porträt und zwar kann man hier Strelok nehmen als Porträt. Den guten Herrn, den man im Hauptspiel spielt. Und ich möchte aber eigentlich irgendwas Chiki Bricky Maskes haben. Okay, das ist eine Gas Mask. Ich wollte eigentlich, ja genau, sowas passt doch ganz gut. Was haben wir noch? Okay, der ist noch mal ein bisschen cooler. Okay, der hat zwar jetzt keine Piercings hier in der Sturmmaske wie damals der gute Herr in der Quake 3 Mod, aber das passt auch. Und zwar, aber gehen wir weiter. Und zwar als Random Location. Also nicht Random Location, sondern am besten Rookie Village Cordon. Dann startet das ganze Spiel in etwa so wie das erste Stalker, also Shadow of Chernobyl. Und da kenne ich mich am besten aus, einfach im Startgebiet, weil ich das damals relativ oft gespielt habe. Aber den Rest erzähle ich mal, wenn ich gleich einen Laufweg habe. Story Mod und so weiter habe ich alles nicht aktiviert. Gehen wir einfach mal auf Start und gucken uns mal die mega lange Ladezeit an. Denn leider hat die Mod relativ lange Ladezeiten. Die Zeit nutze ich einfach mal, um ein bisschen was zu erklären. Und zwar zur nächsten Mod, die ich hier mit installiert habe. Und zwar die Arsenal Overhaul Mod. Das ist eine Mod, die packt wirklich 100 Waffen in Stalker rein. Nicht alles so wirklich glatt, nicht alles so wirklich gut, aber ich finde das für eine Mod ist schon die Qualität sehr hoch. Und wann hat man denn wirklich mal einen Ego-Shooter in der Hand, der wirklich 100 Waffen und mehr anbietet. Um sowas zu haben, muss man eigentlich sonst irgendwelche komischen chinesischen Free-to-Play-Shooter spielen, die dann halt total das kaputte Balancing haben. Aber hier kann man das machen, hier kann man das mal Solo erleben. Ich weiß gar nicht, ich habe auch irgendwie noch so eine Solo-Spielerinnerung, das wirklich auch sehr sehr viele Waffen angeboten hat. Aber ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Okay, wir erscheinen uns erst mal vor dem eigenen Schatten, der sehr cool aussieht. Hier unten in so einer Höhle. Also falls jetzt jemand Stalker überhaupt nicht kennt, wir befinden uns in Call of Chernobyl in Chernobyl. Und wir sind ein Stalker, das Ganze hier ist so ein bisschen teilfiktiv. Hier gibt es auch Mutanten, hier sind die guten Typen schon relativ gut ausgerüstet. Und er hat hier so diese typische, ich kenne mich mit Gasmasken nicht genug aus. Das hier ist für mich einfach die russische Totenkopf-Gasmaske. Also unter dem Namen kenne ich die. Er hat hier so eine Lederrüstung und eine AKS 74U auf dem Rücken. So, aber wir wollen uns irgendwo hinstellen, wo man das ein bisschen besser sieht. Es sieht auch alles unglaublich geil aus, fällt mir gerade auf. Hier so ein bisschen auch die Lichtstrahlen. Hier das Feuer und so weiter. Dazu muss ich sagen, dass als ich, ich habe Stalker gespielt, als das Spiel wirklich frisch rausgekommen ist, das allererste Stalker. Allerdings hatte ich einen Rechner, auf dem das Ganze ziemlich grützer aussah. Ich glaube, das hier ist sogar schon DirectX 10 fähig. Damals habe ich das in der Version zu DirectX 8 gespielt. Allerdings überprüfe ich mal ein bisschen die Aufnahme. Also ich überprüfe mal kurz die Aufnahme und sehen wir uns gleich hier wieder. So, da bin ich wieder, aber ich wollte mich so ein bisschen umgucken. Ja, es sieht sehr schön aus hier mit den Lightrays und so weiter. Naja, für heutige Verhältnisse sind nicht mehr ganz so toll, aber passt, passt. Wir gehen ins Inventar und sehen. Wir sind gestartet mit einer beigen Lederjacke und einer, das ist eine, genau, Fort 12, das ist eine ukrainische Pistole. Was zum? Ah, Hundangriff. Nein, ich möchte, macht ihr das, macht ihr das. Ne, das, ne, das sind, sind, das sind auch keine Bären. Äh, Wildschweine, genau, die heißen Wildschweine. Also ihr seht, das Ganze hier ist sehr lebendig, wenn ich schnell genug bin. Ha, kann ich hier noch die Sachen klauen. Okay, was ist das da? Was ist das? Ähm, sind das Zombies? Die sehen, die sehen so aus, als hätten die vielleicht so ein, als sind die so ein bisschen lang für Zombies. Okay, da passt eine Menge rein. Das Monster kenne ich nicht, also... Das wäre mir neu. Aber die anderen Jungs haben hier viel bessere Waffen als ich und ich verschwende hier nur meine Munition an den Viechern. Ja, mach das mal mit deiner AKMS, oder? Okay, am besten nicht in die einen Leute reinschießen. Okay, die Viecher ziehen sich auch schon zurück, die haben scheinbar auch schon genug. Also das Ganze ist sehr viel lebendiger, als das Stalker von damals. Okay, einer hat rote Schüsse, der andere hat grüne Schüsse. Was war das denn? Fracture Hand. Ähm, die Mod bringt übrigens auch sehr, sehr viele, ähm, Monster zurück ins Spiel, die damals rausgeworfen wurden. Was hat er hier? Aber, okay, irgendeine russische Schulflinte. Aber ich kümmere mich erstmal um die eigenen Waffen. Also zurück zur Arsenal-Overhaul-Mod, wo wir hier grob unterbrochen worden sind. Und zwar, die fügt relativ viele neue Waffen hinzu. So auch hier dieses coole... Genau, das ist nämlich das, ähm, AK-Bayonet. Ne, das ist das AK-74-Bayonet. Ich weiß jetzt nicht genau die, äh, exakte Inventarnummer. Ich, ich pack's hier unten rein. Ich glaub, es ist 6P26 oder so. Äh, peinlich, weil ich hab selber so ein Ding und kenn grad die genaue Bezeichnung nicht. Dabei funktioniert das Ganze so... Okay, was haben wir hier? Ah, ich unterbreche mich die ganze Zeit selber. Dabei funktioniert das Ganze so, dass das nicht so ist. Es gibt ja so ganz viele andere Mods für andere Spiele, die dann so Waffen hinzufügen. Und dann hat so ein Spiel zum Beispiel 100 Waffen, aber die sind nicht richtig ins Spiel implementiert. Das heißt, diese Waffen werden von Gegnern nicht gedroppt. Manchmal kann man die nur von Händlern kaufen oder muss sich die wirklich ins Inventar schieben. Und hier sind die Waffen wirklich in dem, äh, wirklich, ähm, implementiert. Na gut, die, äh, Fort 12, die gab es so auch im Originalspiel. Das ist eine ukrainische Selbstschladepistole, relativ uninteresslich, ähm, relativ unbekannt. Ist hier 9x18 FJM. Ich hab 88 Kugeln SP7 und, äh, nochmal zwei Kugeln FJM. Ähm, okay, das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich glaub, ich geh am besten mal kurz zu Sidorowitsch und guck mal, ob er eine Quest für uns hat. Äh, es, hier ist relativ viel Zufall. Also das ist jetzt wirklich Open World und wirklich, okay, ich werd sehr viel langsamer, wenn ich versuche zu strafen. Das hatten wir doch letztens auch in der Mord. Oh, wie schön orange das hier alles ist. Ja, ähm, Rattebia vidit. Ich bin froh, dich zu sehen, oder? Ich kann so, ich kann ja so ein bisschen minimalstrussisch. Ähm, ist there any work done? Bandits have taken, äh, Bandits have taken up base in the old car park. Okay, das ist, these assholes mock or kill anyone who use the road leading in and out of the camp. Ja, das wird erledigt. Gut, das ist doch auch eine Aufgabe, die hatte man doch auch im Originalspiel. Ich hab das ja schon mal gespielt, um das Ganze zu testen und so weiter. Ich hoffe, die Musik ist nicht jemals geschützt. Und da hat er mir eine andere Aufgabe gegeben. Trade, okay, was hat er? SKS, nice. Kann ich mir natürlich alles nicht leisten, weil mit meinen 700 Startrubeln hier, kann ich mir natürlich nicht, ähm, für 6000 Rubel hier die SKS kaufen. Aber ich glaub, ich geh... Bratan ist Bruder, oder? Ah, hier kann ich ein bisschen was mitgehen lassen. Ist wahrscheinlich auch zufällig generiert, denn sonst, äh, Batteries. Ich hab erst gedacht, das ist Gauss-Munition. Moment, erstmal hier schön von der eventuell, ähm, geh mal geschützten Musik weg. So, ähm... Batteries. Batteries that use a capsule fragment of Flash-Artifact as their power source. Manufactured using high-tech equipment. Normalerweise ist das hier die Grafik zumindestens. Gavarie dabei. Äh, Gavarie ist irgendwie eine, eine Form, Verlaufsform von Sprechen. Ich spreche oder sowas. Egal. Normalerweise ist das hier ja die Munition für das Gauss-Gewehr. Was hab ich sonst noch gekriegt? Äh, Tourist's Break. Achso, das ist Dosenfutter. Das ist Antistrahlen-Medikament. Das ist mega, äh, wichtig. Und dann ein bisschen Fleisch und so weiter. Damit kann ich mich so ein bisschen Minimals teilen. Privet ist, äh, guten Tag, oder? So, okay. Laufen wir einfach mal hier durch. Ähm, das Rennen ist ein bisschen kompliziert. Und zwar, das Bewegen fußen jetzt so. Erstmal so ein bisschen, ähm, Count-Strike-artig. Und zwar, dass man normalerweise so eine mittlere Geschwindigkeit hat. Und die kann man dann mit, äh, Shift reduzieren. Und dann ist man leiser. Man kann sich auf Steuerung ducken. Man kann dann aber auch nochmal Shift drücken. Und dann kann man sich nochmal niedriger ducken. Das ist teilweise, Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Okay, hier schießt irgendjemand. Und wir machen unsere Fort raus. Okay, die ist nachgeladen. Und gucken mal, da es auch zufällig ist, wo ihr Gegner sind, ähm, muss ich hier mal ein bisschen gucken. Okay, in der Richtung sind Militärs. Militärs werden wir wahrscheinlich mit ihren, ähm, modernen, ausgewachsenen, langen AKs sehr schnell sehr große Probleme machen. Woher kam das? Von da, okay. Was bist du? So, und Rennen, ähm, wo wir gerade bei der Bewegung waren, ist dann auf X. Okay, was war das? Man kann sich relativ weit lehnen. Ach du Kacke. Was immer das ist, das macht mich schon fertig, bevor ich hier im Spiel bin. Ja, es ist ein Militärtyp. Aber es ist nur einer. Das ist machbar. Und ich sehe, ich bin ohne Heilkrams gestartet. Das kann mega in die Hose gehen. Aber ich esse erstmal so zwei Touristenfreunden. Und das waren jetzt mehrere. Okay, der hat seine Kameraden geholt. Lost to the Zone. Ähm, dann weiß ich nicht, wie lange dieser Part hier geworden ist. Ich würde das auf jeden Fall nochmal probieren. Also ihr habt ja bis jetzt noch vorerst eigentlich gar nichts gesehen. Dann würde ich sagen, äh, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis hierhin schon mal vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, abonniert natürlich meinen Kanal, den ich hier einblende. Übrigens auch nochmal hier Grüße an Siemen, der das letztens im Livestream gespielt hat. Am besten packe ich sein Livestream-Video hier unten rein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis dann.